Es war einmal ein Mädchen. Ihren Namen zu sagen, hat niemand den Mut. Im Tod sind sie nach Rache. Für ein Leben voll Leid und voll Wut. Wer ihre Geschichte ansieht, der hat sieben Tage noch zu leben. Denn nichts wird sie vergessen. Und nichts wird sie vergeben. Was willst du von mir?